Ahoi Leute da draußen, hier ist der Rikyu von Herzparasit. Es fällt mir eher wirklich schwer zu sagen, aber in Deutschland herrscht Kinderarmut und wir achten viel zu wenig auf unsere nachfolgende Generation. Es wird immer runtergespielt, das Thema, aber es herrscht nun mal und ich finde, man sollte seine Stimme dagegen erheben. Ich weiß, es ist schwer, was zu machen bei der Sache, aber El Toro und ich, also wir Herzparasit, sind gegen Kinderarmut und unterstützen die Initiative Sandmänner. Wollt ihr auch Sandmänner werden? Dann schaut einfach mal auf www.sandmänner.com oder auf unsere Homepage www.herzparasit.de oder auch hier bei MySpace. Wir outen uns als Sandmänner und sind auch stolz darauf.